so dann lassen wir sie mal hier runter laufen blinken tut ja schon fröhlich ich hoffe einfach mal dass die miliz vor den bergarbeitern hier auftaucht auch wenn es noch einigermaßen sicher hier unten ausschaut aber man weiß ja nie obwohl das gefährlichste bisher hier unten getroffen hatten waren diese komischen nackten maulwürfe irgend so was die haben hier vorne vor dem gang rumgelungert sonst sehe ich hier nix an gegnern so und wo ist unser miliztrupp jetzt hin die sollten eigentlich da oben hinlaufen gehen bestimmt ein tierisch umständlichen weg da ist einer der wuselt sich richtig durch noch mehr flagstone das ja schon mal schick da ist das wasser mit noch mehr flagstone dann könnt ihr gleich mal weiter laufen wo befehl aufheben im neuen fehler teilen geht mal da runter auch wenn ich eigentlich erst hätte warten sollen bis der trupp vollständig ist wer weiß was da unten jetzt ist nichts was haben wir da da ist ein etwas eine riesige spinne das sind die 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 seide produzieren besser sagt die spinnenweben die man einsammeln kann für die seide hier ist alles geflutet also eine etage unter dieser etage ist alles geflutet hier dementsprechend auch geht es noch tiefer also zwei komplette etagen voll mit wasser das dürfte für alle unsere bedürfnisse reichen gut kamen noch irgendwas zu entdecken hier unten ist eine sackgasse hier waren wir schon überall wir könnten noch nach da oben laufen weil wir sollten wir es ein trupp wirklich sammeln warten wir also bis da unten alle angekommen sind oder zumindest mehr als einer der rest schafft das irgendwie nicht ernsthaft jungs wo seid ihr da kommt jetzt noch einer mit einer kiste komischerweise und läuft absolut zick zack wer bist du und läuft wieder zurück ja helden des alltags ein amagard ist der diplomat ist noch da gewesen okay na gut der eine kampf zwerg da unten darf jetzt mal alleine bisschen aufklären gehen es wird wahrscheinlich ähnlich viel hier sein aber der vollständigkeit halber schicken wir mal dahin so die spinne verzieht sich auch gleich heißt sie ist nicht aggressiv das auch schon mal sehr gut hahaha sie ist nicht sehr aggressiv und greift uns gleich an mist 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 der ist jetzt tot also das sage ich einfach mal so weil sein kopf schon rot ist weil er außer atem ist und paralysiert und umgeben ist von spinnen netzen wir können jetzt die anderen zwerge runter schicken aber ich denke bis die hier ankommen ist das eh schon vorbei also drücken wir einfach s shift b heben den befehl auf und lassen ihn sterben wenn es länger dauern sollte als zwei drei sekunden bis er stirbt naja das macht eh keinen unterschied selbst wenn ich jetzt den befehl gegeben wurde tötet diese spinne müssten die erstmal ihre waffen wieder schnappen die müssten den weg nach unten finden was sie ja vorher auch nicht wirklich geschafft haben und den ganz dahinten hinlaufen das wird nie was und wenn sie es denn schaffen trudeln sie einzeln eine werden auch von der spinne umgebracht komm du musst jetzt leider für das fortsterben jetzt sicher ganz schön lange hat er die wunde vielleicht schon vorher gehabt naja es ist unser test subjekt gucken einfach wie lange er hält und wenn er sehr lange aushält er hat immer noch keinen schaden genommen wie kommen jetzt ist er weg wieso bist du weg hast du da bist du und er hat seinen schild und seine sein hammer fallen lassen wahrscheinlich weil er ohnmächtig geworden ist immer noch nicht verletzt die sanften färbemittel töten spinne die elfenbein lanzen töten spinne mal gucken ob das es wird aber wenigstens weiß ich jetzt dass die viecher nicht so viel schaden verursachen wie ich zuerst dachte diese diese rote nachricht hier beim kopf und die gelbe beim lower body hat mich ein wenig irritiert ich dachte der wäre quasi gewonnen worden aber es schaut soweit ganz gut aus warum hat er jetzt nichts scheinbar ohnmächtig ist immer noch keine verletzung wo bleibt unser militär da kommt wieder eine andere schleppen in kiste warum schleppst du eine kiste und die anderen kommen auch alle mit kisten ja schön du willst irgendwelche sachen von uns haben ne 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 achso ein paar von denen mit kisten sind da um die steine ab zu transportieren und er hat immer noch keine wunden aber langsam wird er ohnmächtig er ist doch schon ohnmächtig warum ist er noch feint also feint kenne ich eigentlich nur im zusammenhang mit frauen die dann so den hand rücken an die stirn drücken und ohnmächtig werden das ist für mich feint aber vielleicht übersetzt sich da was falsch na gut kommt ja der diplomat haut jetzt ab die spinne sprüht eigentlich nur durchgehend spinnweben kann das sein schritt ich alles voll gestopft hier so da kommt jetzt jemand an was machst du nein nein nicht gut das sind zivilisten die wollen jetzt den hammer und das schild aufheben dbf verbieten alles was da ist so jetzt müssten ja nicht wieder umdrehen du müsstest jetzt eigentlich wieder umdrehen warum drehst du nicht um er versucht den verwundeten zurück zu bekommen das ist sehr heroisch von dir wie heißt du grimmre ach du heißt grimmrock oder ich glaube schon na gut wenn die spinne es nicht geschafft hat ihn zu verletzen vielleicht schafft sie es auch nicht den zwerg zu verletzen und er versucht es gar nicht erst aber er kommt da endlich ein kämpfer osaldo tötisch binne tötisch binne wunden er hat verletzungen ich glaube sie sind alt und die spinne hat immer noch keine verletzung und er hat sowieso keine aber erst inzwischen schon pale pale ist die hautfarbe also so leicht weiß nicht wird er bleichen genau das ist ein gutes wort so bekommt er der unaussprechliche komm schon töte die spinne töte nicht stecken bleiben töten ich glaube dass gerade eingestorben ja jan es ist tot und kallet also unsere festung ist gerade aufgestuft worden von einer baronie zu einer zu einem county county kenne ich eigentlich nur aus den staaten also aus amerika das ist sowas wie ein bundesland nie noch kleiner als im bundesland egal auf jeden fall haben wir jetzt noch mehr nobel leute ist wahrscheinlich und wir haben da ein toten zwerg interessant aber dass er keine wunden davon getragen hat sondern erst einfach nur erstickt anscheinend also nicht wirklich erstickt ist einfach ohnmächtig geworden und dann langsam gestorben an was auch immer dass wir auch mit dann auch was ihm nachgucken könnte na gut das ist jetzt zu makaber wollen wir jetzt mal gucken wie unsere anderen sich halten der unaussprechliche ist soweit nicht verletzt er hier ist paralysiert stand und weintet und hat ebenfalls eine kopfverletzung bekommen was ist komisch also entweder kann ich bin sehr gut zielen oder dass irgendeine spielmechanik am werk und er ist unglücklich ja wie kommt das bloß na gut kannst du dich bewegen soldier no reachable valid irgendwas ok hat er seine waffen fallen lassen nee jetzt aber von anscheinend noch in der hand lassen wir mal weiterlaufen da kommt auch schon der nächste krieger und der nächste krieger und der nächste krieger irgendeiner von denen müsste doch mal rankommen an die spinne ja das sieht gut aus oh nee das sieht nicht gut aus also janis ist tot aus saldo ist tot das ging ziemlich schnell und die spinne ist glaube ich aber auch tot ich sehe da so ein kleines insektensymbol sahen jetzt mutilated korps wer ist damals mit netz heißt die spinne so hat den eigenen namen gehabt ok also tote zwerge überall und anscheinend eine tote spinne das lief nicht so wie es mir gedacht habe da gut befehle alle aufheben wie wurden schon aufgehoben ok die gehen nur nicht zurück weil sie eingesponnen sind ach ja also fürs nächste mal die großen großen spinnen sind doch ziemlich gefährlich da werden wir wahrscheinlich doch ein marx dwarfs trupp brauchen also ein bogenschützen trupp um die loszuwerden denn im nahkampf ist es echt übel weniger als spinnenweben halt aber sei es drum ist das hier und alles abtransportiert worden nein noch nicht dann mache einfach mal dbd und dann die ganzen sachen damit sie möglichst schnell nach oben gebracht werden und da können sie oben immer noch zuordnen und die leute sammeln hier alles ein ich hoffe einfach mal dass nicht noch irgendwo eine andere spinne ist gucke ich mal andere wir haben pangolin was auch immer pangolin ist eine gefangene ratte und immer noch unseren schwamm der muss doch langsam einen namen bekommen solange wie er schon auf der karte ist ach und pangolin die haben wir mal gejagt zum spaß und zum training die sind aber auch nicht gefährlich gut also anscheinend keine weitere spinne mehr und wird der zwerg langsam auch mal weggebracht die leiche ist da die leiche ist nicht verboten die müsste eigentlich gleich eingeholt werden was für ein desaster dafür haben wir den untergrundbereich fast vollständig und wohne hier geht es auch noch weiter das müssten wir auch noch mal erforschen aber wenigstens haben den unteren bereich und das hier beim wasser einigermaßen erforschen können so also wirklich zufrieden mit dem militärtrupp bin ich noch nicht dass die den weg hier runter zappel nicht gefunden haben das war schon mal nicht sehr schön aber es war auch ein fehler meinerseits entweder ich sofort den militär trupp losschicken sollen als er eingesponnen wurde oder ich hätte es gar nicht erst versuchen sollen die spinne anzugreifen oder dann vorbeizugehen aber ich wusste halt nicht ob die wirklich aggressiv ist und wenn ja wie stark das weiß ich jetzt ja und die leiche weggetragen sehr schön genug platz müssten wir ja noch haben ansonsten ist hier alles ok schauen wir nach oben hat sich hier irgendwas neues getan wir können noch bestimmt inzwischen wieder neue bodenplatten setzen und zwar hier in dem gang im granitblöcke sehr schön da auch noch ein stückchen und hier oben war noch wichtig den hauptkorridor sollten wir auf jeden fall so schnell wie möglich warum willst du nicht größer werden also so schnell wie möglich ausbauen da ziemlich schon wieder versuchten pilz durch zu wuseln auf dem feld granitblöcke wo seid ihr granitblock immer noch 99 das ist schön so muss das sein richtig guten vorrat von denen kann ich gebrauchen grafit nein kein grafit habe ich eben auch für den aus grafit gebaut die ich hoffe man nicht kann nicht immer noch 99 und 97 also ja wir haben inzwischen einen kleinen vorrat aber nein er ist nicht allzu groß so dass du doch erstmal reichen haben die zwerge was zu tun wie schaut es hier aus die betten sind da das heißt wir könnten jetzt unsere leute umsiedeln allgemein sollten wir erstmal gucken wie groß die trupps überhaupt noch sind und die sind sehr unglücklich und very unhappy 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 und den geht das am arsch vorbei ja der untersprechliche ist sehr unzufrieden und er hat einen hammer und eine aufgabe das kann eigentlich nur im drama enden ich gucke mal ganz kurz auf den draw of therapist wir haben einen grunt der im roten bereich ist und das war es eigentlich wir haben einen der ist im orangenen bereich die drei die im orangenen bereich sind und so ein gutes dutzend im gelben bereich der rest ist grün also es dürfte eigentlich machbar sein wir sollten nur den roten das ist der unersprechliche den müssen wir unbedingt glücklich machen aber das können wir uns in der nächsten folge überlegen vielleicht darf er ja im alleingang alle goblins töten und oder so ähnlich also dann bis gleich bis gleich